Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute machen wir, wer überlebt länger auf dem Weihnachtstruck, Freunde. Wir machen das hier in einer Custom-Runde. Wie ihr sehen könnt, Transition zu wild mit erstmal Black Screen. Aber jetzt geht's, Freunde. Vorher müssen wir das so machen, dass wir sagen, erstmal wer dabei ist. Sonst hätte ich das fast vergessen. Mit dabei ist Odoman in meinem Team. Und Mirkan ist in einem anderen Team. Und es sind noch 10 andere Leute, Freunde, weil zu viele passen nicht auf den Truck rauf. Aber wir machen das so, dass wir vier Leute haben, die den Truck erstmal suchen, die dann im Discord Bescheid sagen, wo er ist. Die halten den dann auf und dann gehen wir da hin. Vorher sammeln wir in der Stadt ein paar Sachen, dass wir auch in der Zone überleben können. Deswegen Odoman, wir müssen jetzt Try haben und so viele Mad-Kids und Fische und Sachen wie möglich holen. Das Geile ist oder das Coole daran ist, Freunde, wenn wir dann auf den Truck kommen und Leute benutzen Splashies, können sie nicht anders als uns auch heilen. Ja, same. Also machen wir das so ein bisschen auch, dass wir zusammen am längsten überleben. Und dann nutzen wir auch Splashies, alles drum und dran, dass genug Leute überleben. Mal gucken, wie viele überhaupt auf den Truck raufpassen. Habe ich so noch nie auf YouTube gesehen, Freunde. Dementsprechend gerne Like und Abo dalassen. Ich finde es eine geile Idee. Vielleicht klappt es auch nicht und ich mache gerade alles umsonst, wer weiß. Aber das gehört zu YouTube dazu, Freunde. Oder wir nehmen Granaten mit und schmeißen es einfach in die Leute rein. Hier ist einer bei mir, ich klaue dem alles weg. Ja, ist auch extrem klug, dass die Leute bei uns in der Stadt landen. Egal, wir müssen klauen, André. Wir müssen klauen. Wo bist du, Mirkan? Problem ist halt, wir brauchen erstmal den Truck. Also wir spielen ja irgendwo zusammen, aber wir spielen ja auch irgendwo gegeneinander. Irgendwo zusammen, irgendwie gegeneinander. Genau, 31er, du. Boah, ich hab schon was Splashies. Lavinia, hat den Weihnachtsbaum, Mann, Wann, Wägen. Wo, 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 wo? Direkt anhalten. Direkt heben. Der Johnson. In Johnson siehst du? Ja, aber wie bringt sie den Wagen, dass er nicht fährt? Äh, davorstehen. Einfach davorstehen. Geh vor den Wagen. Geh vor den Wagen. Davorstehen und dann müssen wir direkt hin vom Ding her. Oh, Mann, wir sind relativ weit weg. Hast du schon Healing? Ich hab einfach die anderen NPCs gefunden gleichzeitig. Wild. Ah, ich hab nicht genug Gold für ein Mad-Kit. Wie viel kostet das? Äh, 25 Gold. Wie viel hast du? Äh, neun. Aber man kann nicht geben, oder? Ah, man kann, glaub ich, nicht geben. Okay, Rudermann, wir müssen uns auf den Weg machen. Und halt nebenbei noch versuchen, irgendwie irgendwo anzuhalten und ein bisschen Sachen zu holen. Guck mal, hier das Haus zum Beispiel. Äh, ja, safe. Fischen, fischen, schnell steigen. Ja, ja, tu's, tu's. Ich weiß nicht, wie man ansteigt. Hä? Bist du beshört? Ich hab keine Waffe, und das Flavi! Nein. Och, Mann, das wär so cool. Oh, Mann, hast du ne Waffe? Hier sind Wölfe, wir müssen die Kämpfe Fleisch. Oh, ja, 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 stimmt. Hä, seid ihr in einem Team, oder? Hä? Was macht ihr? Hä, natürlich sind wir im Team. Ihr beide seid in einem Team. André, wir machen das Fleisch. Oh, hast du geholt? Ich hab, ich hab, ich hab. Da kommt jemand. Sehr intelligent von euch, genau uns, sich neben uns zu stellen und nix zu machen. Freunde, ganz wild von euch. Ich würd' einfach umbringen. Ja, wir sind nur zehn Leute. Wenn ich dir umbringe, dann sind wir gar keiner mehr. Oh, shit, Odomann. Hol, 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 hol. Okay, okay. Hä? Hey, warte mal. Odomann, du hast gecheatet. Nee, doch nicht. Alles gut. Hä? Ich hab nicht mehr Platz. Ich hab nicht mehr Platz. Okay, warte, ich nehm gleich mit. Ich nehm gleich mit. Ich hab sechs Fleisch, Fisch, Bandagen, alles. Wir müssen los, wir müssen los. Okay, bevor die Zone kommt, Freunde, damit wir lange genug auf dem Truck bleiben. Alle müssen jetzt dahin. Fahr! Fahr! Ich bin Fahrer, geh raus! Mach du! Warum? Weil ich muss Karte öffnen auf den, als wäre das professionell in meiner Aufnahme. Okay, wo müssen wir hin? Jungs, rechts an der Straße von Disney. Ich hab nix geöffnet. Ich seh das nicht. Badgate, Badgate. wild unterwegs. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Also mein Teampartner hat gerade Lama gefunden. Ich sage nur so, interessiert niemand. Ich sage nur so, hat das überhaupt Healing? Ja. Hat das überhaupt Healing? Es hat doch nur Biggies, Minis, Shieldies und so. Und Splashies und Splashies und so. Und das heilt uns alle. Ich habe aber auch Splashies mit. Einer für alle, alle für einen und so. Einer für alle. Fährt Odomann gerade richtig? Ja, John ist rechts von Genesis. Ja, du weißt ja selber nicht genau, wo das ist, ne? Hier, Bro, vor uns ist noch Genesis. Ja, okay, ich habe nicht die Karte aufgedeckt. Tank still. Tank still. Okay, Freunde, ich glaube, wir sind gleich da. Wäre übel nice, wenn die Aufnahme direkt first take, first try wäre. André, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir es alleine schaffen können. Hä? Ohne irgendjemanden. Wir brauchen einen Reifen, da kann dann keiner mehr hoch auf den Truck. Ja, Digga, dann können wir auch Waffen nehmen und die abknallen und sagen, wir sind auch alleine. Hey, Digga, Odomann, das ist kein Meteoroyal, aber hey, Digga. Der Odomann will direkt wieder. Ich sehe da Geschenke. Mach das Ding auf. Mach das Ding auf vor uns. Wie? Telefonzelle? Junge, bist du dumm, André? Hier, du dummes Stück Scheiße, Junge. Achso. Ja, aber es kann doch eh wieder keiner mitnehmen. Ja, guck, Fisch, ich kann es mitnehmen. Komm mit. Der ist genau vor uns, der Truck. Wo? Da. Wo die Geschenke sind. Guck mal, die machen schon Geschenke auf die ekligen Ultraclug, Digga. Ich höre. Nein. Nicht anfangen, nicht anfangen. Achtung, Vorsicht. Okay, okay. Warte, 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 warte. Junge, er hat sich verbuggt, Bro. Ey, Junge. Digga, ey. Ihr habt den kaputt gemacht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ey, ey. Warum schießt der? Wie ist der? Keine. Keine, 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 keine. Nicht auf den Truck schießen, wenn es geht. Warte mal. Nicht heilen, nicht heilen, nicht heilen. Digga, wastet doch nicht die Healings jetzt. Jungs, ihr macht den Truck kaputt. Hallo, hallo. Ja, der Truck hat auch 800 Leben. Entspannt euch. Okay. Ihr müsst den anderen auch anschießen. Aus dem Auto rausschießen. Okay, wir sind draußen. Ja, einer down. Noch einer drinne. Da ist noch einer drinne. Alle tot? Ich bin tot, André. Digga, er ist tot. Hab ihn, hab ihn. Ich habe Odoman hier. Ja, schmeiß mich schwer. Entschuldigung. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Jetzt haltet den Truck kurz auf. Odoman heilt sich und dann geht es weiter. Was macht der da? Ja, ist Ehrenmann. Oder Ehrenfrau, was auch immer. Okay, Truck aufhalten. Nimmt alle Healings mit. Wir müssen ein bisschen zusammenarbeiten. Aber was redet ihr mit Truck aufhalten? Da hat sogar kein NPC mehr. Jetzt muss einer sich opfern und jetzt das Ding fahren, Digga. Ja, ja, ist ja egal. Macht einer, der sucht. Sozusagen. Nur auf der Straße bleiben. Die Zone kommt. Okay, sind wir alle drauf? Warte, macht Platz, damit die Person auch noch rauf kann. Oh mein Gott. Okay, komm rauf. Wild. Okay. Nur an der Straße lang. Oh, wir fahren so rum sogar in die Zone. So klein. Okay, ihr müsst aufpassen. Ihr rutscht runter. Ihr müsst die ganze Zeit nach vorne gehen ein bisschen. Wir haben schon einen verloren. Rest in Peace, Bruder. Hier kriegst du ein Mini zum Abschluss. Ciao. Oh. Oh, sie wartet. Er wartet. Spider-Man-Handschuhe. Das ist eigentlich eine kluge Idee. Wir brauchen Benzin. Tanken. Tanken, tanken, tanken. Tanken, tanken. Und da ist auch ein Gaskanister. Nimm mal bitte einer mit. Ey, 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 tanken. Ich tank für euch. Schnell, 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 schnell. Es geht los. Aber irgendwie sind wir nicht mehr zehn Leute. Sind schon welche gestört? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon am Weihnachtsmarkt. Ich glaub, die kommen halt dazu gleich. Oder die kommen dazu. Ihr seht ja, wo wir sind ungefähr. Let's go. Ich bin drauf. Weiter geht's. Okay, alle aufsteigen. Okay, fahr rechts rum um die Straße. Ihr müsst gegen anlaufen, sonst fallt ihr runter. Immer weiter gegen anlaufen. Wenn jemand runterfällt, müssen wir kurz stehen bleiben. Okay, sehr gut, sehr gut. So ist nice. Einer kann doch noch oben rauf. Warte mal, der, der die ganze Zeit runterfällt. Du kannst hier noch oben rauf. Ich geh auch oben rauf. Ja, ja, warte. Warte, lass mich. Ja, so ist perfekt. Jetzt habt ihr genug Platz. Wo geht der kommen? Digga, wer hat Reifen mitgenommen? Das kann nur ohne Mann sein. Ich hab keinen Reifen mitgenommen. Ich bin hier unten, Digga. Ja, man fällt hier runter. Hier bleib ich. Ich bin auf dem Drone. Ich bin der Weihnachtsmann. Okay, nur auf der Straße fahren. Nicht aufs Gras. Nicht auf Stein. Gar nichts. Nur auf der Straße. Und egal was passiert, wir bleiben auf der Straße. Oh, wow. Ich bin fast runtergefallen. Holy shit. Junge, die Leute laggen runter. Und sind dann wieder da. Die armen, Digga. Die weißen nicht, was die machen sollen. Okay. Wir sind nicht mehr viele, Freunde. Wir haben schon ein paar verloren. Aber Spider-Man ist noch da. Er hängt sich einfach hinten dran. Big Brain. Okay, wir fahren, glaube ich, gleich in die Zone, wenn wir so weitermachen. Das ist natürlich ein Problem. Wer ist jetzt noch drauf? Mirkan ist noch drauf? Ja. Dein Teammate auch? Wer ist das? Ja. Gogeta ist noch drauf. Lavinia ist noch drauf. Lavinia? Hä? Ey, den anderen kenn ich nicht. Aber es ist ein wilder Skin. Feier ich. Und Spider-Man ist auch noch da. Ein paar Leute haben noch Spider-Man Handschuhe. Komm hinterher. Aber sobald wir in die Zone gehen, Odoman, wir müssen... Weißt du, was das Problem ist? Wenn wir uns heilen, rutschen wir in der Zeit runter. Stimmt. Guck, du bist gerade runtergerutscht bei mir. Und Bas auf einmal wieder da. Tankstil. Tankstil. Brainiac Skin. Tank ist wieder auf 100. Los geht's. Noah. Oh, okay, ein guter Fahrer. Noah. Okay, okay. Wir können weiter. Gogeta heilt sich schon. Ja, weil er ist gerade vorne runtergegangen beim Truck und hat Dings zu 80 Leben bekommen. Oh Gott. RIP. Okay, ihr müsst gegen anlaufen, sonst feilt ihr runter. Das ist echt ekelhaft. Ihr müsst einfach chillen, ihr müsst einfach chillen. Einfach chillen. Einfach chillen. Einfach chillen. Einfach chillen. Oha, der hat einfach Tier umgefahren. Oh, er hat Keule. Guck mal, er nimmt Keule mit anderen, mit seinem Spider-Man. Der hat schon wild. Er hat mir gegeben. Ey, er hat mir gegeben. Ich habe jetzt acht Stück. Let's go. Ey, ich bin ohne mal wild unterwegs. Ohne Mann, sag mal dein Loadout. Okay, vier Mad Kids. Fünf kleine Fische und zwei Dings Korn. Okay, ich habe Minis, warum auch immer. Das schmeißt weg, Alter. Achso, ich habe eine Waffe aufgehoben eben. Ähm, deswegen. Ich musste kurz einmal den Weihnachtsmann killen. Dann habe ich sechs Splashys für alle. Ja. Achtmal Fleisch und fünf Bandagen. Boah. Digga, wir fahren gerade in die Zone rein. Das heißt, wir haben, wenn die Zone kommt, direkt Action. Hier ist wieder Tankstelle. Einmal tanken. Tankstelle, Tanker. Und wenn da noch, gibt es da noch einen Benzinkanister, dann nehme ich den mit, weil ich habe noch einen Platz frei. Und Kanister, weiter geht's. Du hast einen Kanister? Hast du Platz oder soll ich ihn nehmen? Ich habe Platz, alles gut. Willst du ihn oder willst du ihn? Ne, 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 alles gut. Weil ich habe noch Minis, die sind eh useless. Jo, was passiert da? Oha. Okay, okay. Entspannt euch. Hier ist ein Wolf. Der Wolf muss gekillt werden. Ich kill ihn. Oh mein Gott. Oh, oh. Er fetzt mich. Ah. Ich muss eine Waffe mitnehmen. Ich nehme eine Waffe mit. Damit sowas nicht noch mal passiert. Guck mal, wir haben ihn weg. Der ist immer noch hinter ihm. Bitte! Hab ihn, hab ihn. Achso, er kommt zurück. Was macht ihr da hinten? Ja, ich musste gegen Wolf fetzen. Der hat den Truck angegriffen. Aber der Truck-Fahrer ist eigentlich der Busfahrer von Betore. Wir müssen Lagerfeuer. Wir müssen das Auto hier hin. Wir müssen Lagerfeuer suchen. Warum ist das kaputt? Da unten ist Lagerfeuer. Hier links unten ist Lagerfeuer. Links unten ist Lagerfeuer. Warte, dann müssen wir halt stehen bleiben. Dann müssen wir ab jetzt stehen bleiben. Ist da ein Lagerfeuer? Ja, da unten ist direkt eins. Lass kurz alle runtergehen, damit das nicht weiter runterkommt. Alle runter. Alle runter, alle runter, alle runter, alle runter, alle runter. Lass ihn alleine zum Lagerfeuer fahren, damit er das kurz heilen kann. Okay, Freunde, wie ihr seht, haben wir kurz einen Stopp gemacht, weil durch das Rumgebagger auf dem Auto, weil wir so viele Leute sind, kriegt der Truck Schaden. Das heißt, wir haben jetzt noch mal die letzte Chance. Und wenn er jetzt lowlife geht, dürfen wir nicht mehr weiterfahren. Dann müssen wir drauf stehen bleiben und die Zone wird uns entweder killen und wir gewinnen oder entweder nicht oder wir gewinnen. Ich glaube, der ist full live. Der ist full live. Okay, lass ihn kurz wieder auf die Straße fahren, bevor ihr rauf geht, weil sonst, ich glaube, wenn wir bergauf fahren, dann wird das so hart. Alle runter bis auf die Straße dann. Wir sind am Start, Freunde. Wir sind wieder da. Wir sind nicht abgestiegen. Habt ihr nicht gesehen in der Aufnahme. Habt ihr nicht gesehen, Digga. Und wir fahren auch gerade nicht auf der Straße und fahren gegen eine Laterne auf einmal. Und auf einmal buggt alles, ich bin runtergefallen. Digga. Warte. Lassen wir dich zurück. Komm ran, Junge. Okay, ich bin da. Digga, es ist so verbuggt, Freunde. Aber egal. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Okay, ab jetzt wieder nur auf der Straße. Wenn die Zone kommt, alle, die runterfallen, dürfen nicht mehr rauf. Okay. Weil sonst laggt es halt hart rum. Ich muss gegen anlaufen, sonst falle ich runter. Einfach gegen anlaufen, aber dann buggt der LKW. Ist egal. Er hat 40 Schaden bis jetzt bekommen. Wir sind gut dabei. Oh shit, alle sind runtergefallen. Und jetzt auf einmal doch nicht mehr. Und jetzt buggt er im Boden rum und springt auf Lowrider. What the fuck? Oh shit, ich bin immer noch drauf. Oha. Ist das ein Shieldbrake, Digga? Ist das ein Shieldbrake, Digga? Jemand wurde angefahren. Oha. Was genau? Ey, ihr dürft nicht mit den Spider-Man-Handschen auf das Auto schießen. Ich glaub, das ist das Problem. Ey, ich bin im Auto drin. Hä? Wie? Ich bin stuck. Ich komm nicht vom Auto runter. GG's. Okay. Ich bin runtergefallen. Freunde, die Zone wird immer kleiner. Wir sind langsam am Arsch. Jaja, es passiert irgendwas, Bro. Digga. Oh shit. Warte, geht mal alle runter, bevor das Ding kaputt geht. Juck, juck, juck. Was ist das? Was ist damit? Mohammed hat bei mir im Boden gebackt, Digga. Nicht auf das Auto. Nicht auf das Auto. Okay, let's go. Also nicht mit Spider-Man-Handschuhe auf das Auto schießen, bitte. Hä, Digga? Ich glaub, das Auto ist kaputt, kaputt. Jaja, das ist übel, Bro. Okay, geil, was wir machen. Wir sind auf dieser Straße hier gefangen, ne? Alle anderen machen weg, aber wir sind hier. Was passiert hier? Oh shit. Aber der kriegt keinen Schaden. Einfach ducken. Einfach ducken. Vor allen Dingen können wir mal auf der Straße bleiben. Nur, aber es ist für ein schlechter Fahrerspaß. Okay. Auf der Straße bleiben. Bleib hier stehen. Bleib hier stehen. Okay. Junge, es macht meinen Kopf kaputt. Ey, Bro. Ich bin gar nicht bei mir. Ich bin nicht auf Truck, ne? Irgendwann fliegen wir hoch einfach, Digga. Ich bin schon lange nicht auf Truck. Hä? Jungs, der ist auf dem Boden. Der ist ja zu wild. Oh oh. Der Truck ist im Boden. Hä? Bei mir wackelt er hin und her. Ja. Der ist im Boden bei mir. Äh. Äh. Okay, so ist gut. So ist gut. So ist gut, ja. So bleiben wir. So ist perfekt. Ja. So ist gut. Jo, 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 jo. Junge, was geht ab? Aber ey, wir sind auf dem Truck. Okay. Jetzt geht die nächste Zone los. Jetzt wird's kritisch. Oh oh. Wir dürfen jetzt nur noch hier auf der Straße bleiben. Mit dem Auto. Okay. Wir haben keine andere Wahl. Ich kann keine Emotes machen, ne Jungs. Okay. Oh shit. Warte, wenn wir nach links fahren könnten, wären wir noch auf der Straße in der letzten Zone. Digga, was geht ab? Okay. Noah hat das unter Kontrolle, Digga. Alles gut. Noah hat das alles unter Kontrolle. Noah. Geh Straße. Auf die Straße. In die Zone. Oh, hier ist es. Hier ist der letzte Spot, wo wir bleiben können. Hier musst du stehen bleiben, ja. Ja. Oh shit, Bro. Wenn wir Glück haben, buggt der nach links. Oh mein Gott. Und? Ich sehe es jetzt schon. Er wird explodieren. Alle werden sterben. Jungs, so kann keiner von uns Healing nehmen, by the way, ne? Echt nicht? Ne, weil wir bewegen uns ja. Ahhhh. Oh shit. Oh shit. Okay, wie machen wir das jetzt? Die Leute, ich bitte die Leute, die sowieso kein Healing haben, ihr werdet eh sterben. Piss euch an. Ich piss euch an. Versucht nicht. Ich piss euch an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schmeiß denn jetzt Aussage, schmeiß ihn jetzt gegen ihn. Okay, schmeiß ihn jetzt gegen ihn. Okay, schmeiß er ans Auto, komm. Schmeiß ihn jetzt gegen ihn. Schmeiß ihn jetzt gegen ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ab jetzt geht's los. Okay. Gegen das... Kommt, nichts passiert. Hops genommen. Jemand hat seine Spider-Man-Handschuhe verloren einfach. Komm rauf. Er kommt nicht mehr hoch. Ich sag mal, das geht nicht mehr. Das ist Mohammed. Nein, Mohammed ist doch dieser Schneemann, oder nicht? Okay, Freunde. Fünf Sekunden kommt die nächste Zone. Es wird direkt eine starke Zone. Dementsprechend müssen wir echt gucken, wie wir das am besten machen. Das ist Endzone. Wir sind wieder in Zone. Nein, aber die wandert jetzt, ne? Ne, ne, ab gleiches Wandern, ja. Wie ihr gesehen habt, Freunde, sind wir nicht einmal von der Straße abgewichen. Die ganze Zeit. Wir waren auch nicht tanken oder so. Und der Wagen ist in die Zone gebackt. Das waren wir nicht. Das war das Spiel. Dementsprechend ist alles legitim hier. Du bist schon raus, weil du runtergefallen bist. Ab jetzt, du bist auch raus. Digga, geil. Und mein Streamer auch. Digga, du machst Double... Digga, ich mach Double-Print-Spray-Play. Genau. Wisst ihr, was ihr nicht habt, was ich habe? Was? Den Slurpity Slurp Slurps. Was für Slurp? Digga, hier, guck mal, Hand... Der geht... Das bringt gar nichts. Der geht sofort wieder kaputt, wenn du Schaden kriegst, glaube ich, oder? Hä, nein, ich kann nur was trinken. Digga, ey, das ist unser, das ist unser. Das ist, das ist alu-alu, wie geklaut wird hier nicht. Hey, warum klaut ihr? Oh, du, Mann. Digga, ab jetzt sind wir keine Freunde mehr. Alle sind keine Freunde mehr. Das ist so, wir sind keine Freunde mehr. Drei Leute sind schon runtergefallen, obwohl es nicht mal losgeht. Okay. Okay, Zone. Zone, es geht los. Okay, ganz entspannt. Oh my God. Eigentlich vom Ding her easy gerade. Ganz entspannt. Okay. Nein, jemand hat einmal Splashies zu viel. Okay. Jetzt habe ich noch Fleisch. Oh, Mann, du musst direkt Mad-Kid machen. Oh my God, ich mache direkt Mad-Kids. Okay, 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 okay. Digga, ganz eklig. Oha, du geht da tausend Splashies. Einer ist runtergefallen. Er hat mich ge-dings. Ihr kleinen Hund, ey. Was denn? Er hat mich ge-ähm-ge-dings. Geangelt? Geangelt. Dann ist mein Medi. Hört auf damit. Hey, wieso wird es doch keine Tropfen reden? Mein Medi ist dann weg. Mein Medi geht dann weg. Ja, ja, hört auf damit. Hast du noch überlebt, oder, Mann? Ich habe überlebt, ja. Ja, okay, nice. Digga, wir haben noch todesvieh Splashies. Der eine, der Kaugummi-Mann, warum macht er keine Splashies? Wild? Jetzt guck, Kaugummi-Mann. Nice, Kaugummi-Mann. Digga, durchgespielt. Okay, okay. Digga, guck mal, wie klein die Zone ist. Man sieht sie nicht mal mehr. Es gibt gar keine Dings mehr. Keinen freien Spot, oder? Es gibt gar keinen freien Spot. Nur noch der Kleine da links. Guck mal, die Zone, Freunde. Nein, ich sterbe. Nein, ich sterbe, weil ich dumm bin. Ich bin tot. Oh, ich habe gegessen. Schnell. Alter, ich habe überlebt. Bitte. Alter, ich habe, oh mein Gott, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Digga, ich bin auch noch da. Okay, es leben noch, Leute, Freunde. Wir beobachten. Ja, Mirkan holt einfach Gegeta, derzeit stirbst du noch. Digga, ich bin dauernd. Ich hatte ja eh nichts mehr. Okay. Mohammed und Kirsten leben noch. Mohammed hat auf Ehrenlos alles behalten. Ich schwöre. Mohammed hat zu, Moment unten sind noch Bändis. Ja, ja, wenn er die nimmt, kann er noch weitermachen. Geist nicht. Okay, jetzt. Oh mein Gott, er hat einen, oh, er macht den Ehrenlosen. Er macht den Ehrenlosen. Kirsten schlag ihn tot, Alter. Nein, er geht jetzt down. Ja, Mohammed. Mohammed. Oh mein Gott. Mohammed hat Karma kassiert. Aber ich glaube, er hat aus Versehen Kirsten Gauen. Er wollte sich eigentlich heilen. Ich weiß nicht, warum, aber diese Stream-Aufnahmen werden immer extrem spannend. So direkt First-Try feiere ich extrem. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, immer gerne Like da lassen. Und ich würde sagen, Crater kurz von uns, wir sehen uns morgen. Ciao. Achso, und frohe Weihnachten und Neujahr und so. Ich weiß nicht, wann das Video kommt.